Hallo liebe Wiederfrau, lieber Wiedermann, hier ist die Inbal von Inbalsterro.com. Herzlich willkommen! Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie dein Liebesleben vom 15. bis 16. Januar aussehen wird. Beachte mit dem auch dein Mond, Venus und das Sendenzzeichen, wieso, weshalb, warum und Antworten zu weiteren häufigen Fragen findest du unten in der Infobox. Da befindet sich der Link zu den häufigsten Fragen und zu deiner Jahreslegung für 2020. So, starten wir mal. Die Rollen können vertauscht sein und die Legungen sind immer geschlechterunabhängig. So, was geht in deinem Herzensmann, in deiner Herzensdame vor? Tod. Gut. Die, die mit Skorpion zu tun haben, hier habt ihr den Mann, die Frau. Es ist, es scheint mir, als ob dein Herzensmann, deine Herzensdame eine Entscheidung gefällt hat, die sie jetzt leichter werden lässt. Sie haben sich vorher schwer gefühlt und jetzt wurde eine Entscheidung gefällt. Die haben eine Entscheidung gefällt in Richtung Zukunft und jetzt fühlen sie sich viel, viel leichter. Die Herrscherin, die wollen zu dir. Deine Karte. Ein Neustart in Richtung wieder. I love you wieder. Ich liebe dich. Dieser Mensch fühlt sich jetzt leicht, weil sie sich jetzt auf Gefühle konzentrieren. Vorher haben sie sich auf das Logistische konzentriert, auf die Ressourcen konzentriert, auf die Wörter konzentriert, etc., etc., alles schwere Themen. Und jetzt sind sie federleicht. Ihre Liebe trägt sie jetzt zu dieser Herrscherin hier. Und die Vergangenheit, was auch immer da gewesen ist, das soll jetzt vorbei sein. Die Ditaro-Karten legen, die sehen hier schon das Problem. Das ist eine Herrscherin und gegenüber ihr steht ein Ritter. Das sind eins, zwei Stufen. Und diese Herrscherin, die will eigentlich alles, was man ihr bieten kann. Und nicht nur I love you und hier, kein Wunder, arbeiten sie an diesem Angebot jetzt. Jetzt haben die ein Ziel. Das ist, ihr müsst mal darauf achten, in Primarschulen, vor allem in Primarschulen, müsst ihr mal darauf achten, die Kinder, die wissen, was sie später werden wollen, haben bessere Noten wie die anderen. Es geht dann nicht mal darum, was genau sie werden wollen. Hauptsache, sie haben etwas, für das sie Liebe empfinden. Feuerwehrmann, ja, also werde ich jetzt mir Mühe geben in Geografie, solche Dinge. Es ist wichtig, dass man weiß, wohin das Herz gehen soll. Wieder du, du sagst, schau mal, dieser Mensch verwirrt mich nur, ich halte mich zurück. Ich halte mich zurück, solange dieser Mensch nicht konkret auf mich zukommt und mir konkret sein, ihr Herz öffnet, komme ich da nicht raus. Und deswegen verhalte ich mich hier zurückhaltend. Auf der Seite deines Herzensmanns, deiner Herzensdame, habe ich Paget der Kelche und Königin der Münzen. Eine Geste der Entschuldigung hier. Die wollen hier etwas wieder gut machen, wieder. Und die meinen es ernst. Und okay, was ich hier gerade rausspüre, ist, dass sie sich um dich sorgen. Im Sinne von, sie machen sich Sorgen um dich. Dieser Mensch macht sich Sorgen um dich und denkt sich wieder, ist besser bei mir aufgehoben als woanders. Jetzt lachen ein paar, sagen ein paar, ich bin überall besser aufgehoben als neben diesen Menschen. Aber die denken so, die machen sich Sorgen um dich. Gerechtigkeit und Sehen der Stäbe. Ich sehe es jetzt in den nächsten zwei Tagen hier, den Entschluss fassen. Hier ist diese Entscheidung, ich werde alles tun, damit wir eine zweite Chance haben und bin bereit dazu, die Bürde hier auf mich zu nehmen. Was auch immer hier nötig ist, damit es klappt zwischen uns, ich werde es tun. Wieder, ich sehe dich hier nicht imstande, irgendwelche Schritte zu machen. Du bist hier verwirrt und zurückhaltend und der Ball ist bei Ihnen und Gott, die kommen mit dem Ball. Die kommen hier mit dem Ball. Die werfen sich hier zu jetzt. Ich werde jetzt hier weitere Karten ziehen, dann sehen wir, worauf das Ganze hinausläuft. Und außerdem werde ich diese Karten hier fragen, was es hier gibt, was du wieder noch nicht über Herzensdame, Herzensmann weißt, aber wissen solltest. Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox. Falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich auf deinen Klick, auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye. Bye, bye.